Diese zu erwerbende gut gepflegte 6 Zimmer Doppelhaushälfte liegt im Kreis Neuwied. Die im Jahr 1965 erbaute schöne Doppelhaushälfte verfügt über drei Etagen. Sie wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und vier Garagenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 500 m2 weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 120 m2 auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 89.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH beantwortet gern Ihre Fragen. Das говорить ein besonder Arab macht. Oh我 ist 2 Beauty and烏 as ein Esperity. Das war eine große Herausforderung, die in der Ab działa Callen Карab 거죠. Abonnieren Sie nicht mehr über… Vielen Dank.